Hallo meine Lieben, heute haben wir bereits Tag 26 und ja, ihr könnt ganz stolz sein bei den 30 Tagen auf jeden Fall. Heute haben wir 70 Squats vor uns, nach 40 Squats gibt es wieder eine kurze Pause von circa 20 Sekunden, in der zeige ich euch die neue Variante, da seid schon mal gespannt und dann geht es auch gleich direkt los. Ja, ihr Lieben, und ich möchte auch auf jeden Fall mein neues Beckenbodenprogramm ankündigen, den Link findet ihr dazu in der Infobox, das ist mein eigenes Onlineprogramm, mein allererstes, da bin ich auch ganz stolz drauf und ja, vielleicht hat ja da einige andere Lust auf was für sein Beckenboden zu tun. Dann würde ich sagen, wir fangen direkt an, kommt in eure Ausgangsposition, 40 Squats to go, ich zähle wie immer, 4 mal 10. Los geht's und 10, komm schon, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und nochmal, komm, 10, 9, 8, 7, noch 6, 5, 4, 3, noch 6, noch 5, 4, 3, 2, 1 und die letzten 10 vor der Pause, 9, 8, noch 7, noch 6, noch 5, 5, 4, 3, 2, 1, super, ich erkläre euch jetzt mal kurz eine neue Variante, schiebt eure Matte weg, ich zeige euch das, ihr geht auf eure linke Seite und dann geht ihr tief und dann jetzt 1, 2, Squat, 1, 2, Squat, okay, immer 2 Sprünge und ein Squat, alles klar, dann würde ich sagen, es geht direkt los, 30 Stück, und dann komme tief und 1, 2, 2, 5, 5, 10, nochmal, und nochmal 10, komm, neun, noch 8, komm mal NEU, und noch 8, komm, neun, noch 8, komm, neun, noch 1, 2, 6, 10, Noch die letzte 5, 4, letzten 3, 2, und der letzte, BÄM, super, wir sehen uns morgen wieder, macht's gut.